Moin Moin und herzlich willkommen bei Audio Steps, ich bin André Maserati, heute mit einem weiteren Quick-Tipp zu Studio One. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr innerhalb eines Plugin-Insert-Chains zwischen mehreren Plugins mit einem Tastaturbefehl hin und her wechseln könnt. Die meisten machen das ja mit der Maus und das sieht dann wie folgt aus. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Plugin in den Airbus von Waze und das ist ziemlich blöd. Jetzt sehen wir erstmal hier oben in der Leiste gar nicht mehr alle vier Plugins. Das erste Plugin, die Schallfläche, ist ziemlich klein. Das letzte Plugin, das ist hier irgendwo versteckt. Und so ist das Wechseln dann zwischen den Plugins innerhalb einer Spur, innerhalb eines Insert-Chains. Ja, ziemlich mühselig. Das geht wesentlich leichter mit einem Tastaturbefehl. Ich zeige das mal. Und wie ihr diesen Tastaturbefehl einrichten könnt, das zeige ich euch jetzt auch. Und zwar geht ihr in die Studio One Einstellung auf den Reiter Allgemein und dann auf den Unterreiter Tastaturbefehle und gebt bei Suchen Seite nach ein. Und es sind folgende zwei Befehle. Einmal Seite nach oben überspringen und einmal Seite nach unten überspringen. Diese haben schon vordefinierte Tastaturbefehle. Diese könnt ihr aber selbstverständlich auch ändern. Das habe ich auch gemacht. Ich habe hier nämlich auf meiner Mac-Tastatur Position 1 eingegeben, um nach oben zu springen, beziehungsweise im Plugin-Fenster nach rechts, also das vorherige Plugin. Und bei Seite nach unten habe ich auf meiner Mac-Tastaturende eingegeben als Tastaturbefehl. Und das ist dann dafür, um nach unten zum nächsten Plugin zu springen, beziehungsweise im Plugin-Fenster dann nach rechts zum nächsten Plugin. Möchtet ihr euren eigenen Tastaturbefehl erstellen, dann gebt ihr das wie gesagt hier ein, klickt auf Zuweisen, dann hier unten auf Anwenden und auf OK. Und schon könnt ihr den Befehl dann auch anwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like nach oben da, abonniert unseren YouTube-Kanal, besucht uns auf audiosteps.de, schaut auch gerne da in unserer Community vorbei. Bald gibt es ein neues Video. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer André Mastarati.